Hey Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute eine ganz besondere Challenge! Wir machen heute die Crying Challenge! Wir haben insgesamt drei Runden. In der ersten Runde bekommt jeder von uns eine Zwiebel und wir müssen mittels dieser Zwiebel versuchen so schnell wie möglich zu weinen. Und bei demjenigen, wo die Träne sozusagen als erstes diese Linie hier überquert, der hat die erste Runde gewonnen. Zweite Runde, wir dürfen uns mittels Pinzette oder mittels Fingernägeln uns Schmerzen selbst zufügen. Wir müssen dann auch wieder so schnell wie möglich weinen. Aber sich selbst? Ja, sich selbst. Ja. Hä? Sich selbst und du pfefferst mir eine? Jo, genau. Die letzte Runde ganz, ganz schwierig. Ohne Hilfe. Ohne Spaß. Ich habe eben gerade drei Stunden auf dich gewartet, telefonieren, schminken. Da habe ich schon in meiner Ecke gesessen und geweint. Nee. So, ich werde dir so geben. Ich werde dir so geben. Okay, los geht's. Drei, zwei, eins, los. Reiben auch noch. Oh, das brennt ja richtig. Oh, geil, geil. Nein, 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 nicht. Oh, scheiße, brennt das. Das brennt ja. Schon jetzt offene Augen rein. Oh, eine Pupille richtig schön rein. Ach so, öffnen. Okay, ist das stärker dann? Bei mir passiert nichts. Ey, bei mir auch nicht. Ist das für eine Zwiebel? Ach ne, das ist ein Apfel. Deswegen. Ey, bei mir passiert gar nichts. Hallo. Hallo. Du darfst dir aber nicht die Tränen da rauspulen. Ey, mach ich doch nicht. Oh, scheiße, scheiße. Hör mal ab. Wo für das Scheiße? Ich muss so lachen. Schau, 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 schau. Das ist wie so eine Sirene. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Als ob der Ton die Träne schneller trägt. Ja, dir läuft ja die Rotze schneller raus als die Tränen. Das ist gar nicht wahr. Das ist Highlighter. Aus der Nase. Oh, warum muss ich sonst immer weinen? Und wieso jetzt, ne? Oh, yes. Wo ist meine Träne? Oh, oh, oh. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, ich muss sie beeinflussen. Ey, diese Zwiebel hat ausgedient. Hat sich ausgezwiebelt. Meine läuft gerade mit Raketengeschwindigkeit. Oh, guck mal, ne, bei mir, guck mal, bei mir ist ja schon nie angekommen. Hey, gar nicht, war das denn die Rotze? Ey, ja, wo wirkt die Rotze hier hoch? Hey, okay. Echt? Das ist unentschieden. Bei mir ist da gerade so ein Marianngraben untergeflossen. Wollen wir sagen, unentschieden, die erste Runde? Alles klar. Unentschieden. Zweite Runde Schmerzen zufügen. Und los geht's. Das ist so scheiße. Da kommen doch keine Träne. Oh, doch. Oh, doch. Ey, wie krass. Der menschliche Körper ist echt hart. Au. Ich hab keine Nasenhaare. Ich hab dafür umso mehr. Oh, bei mir kommt nichts. Oh, da ist noch ein Popel zwischen. Scheiße. Da passiert nichts. Komm, hier vielleicht so weiße Punkte. Ih, das ist ein Pickel, Mann. Hey, bei dir kommt gar nichts. Kommt doch nichts, aber in meinen Augen brauchen sie gleich weg. Muss man da so Haut mit rausreißen, oder? Was ist das für ein Scheißspiel? Du musst mich angucken. Wo ist eine? Wo ist eine? Au. 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 Ey, was müssen die Nachbarn denken? Au. Was machst du denn? Ich tu mir weh. Au. Riecht das was? Was ist, wenn man seine Nase irgendwie einfach links und rechts und... Also, ich müsste eigentlich nur mein... Ihhh. Ihhh. Ehhh. Alter. Ohne Spaß, Leute. Da kam der größte Rotzfaden des Universums raus. Also, der zählt nicht als Träne. Ich hab die Hose gerade aus dem Schrank raus. Ja, jetzt ist sie noch wertvoller. Au. Was machst du zum Hänker? Guck mal, ich lass mal... Au, jetzt hast du's rausgerissen. Alter, lecker. Da kommt ja gar nichts. Willst du mich verarschen? Das ist für ein Scheißspiel. Das ist voll gemein. Ihr Männer habt viel mehr Nasenhaare, Augenbrauen und Pickels und so. Hey, du sollst dir weh tun. Jo, versuch's hier rauszudrücken. Du machst eine Akupunktur oder was? Ja. Wow. Ich hab einen Punkt getroffen, als es auf einmal angekommen in der Nase zu kitteln. Oh, scheiße. Oh nein. Da ist bei mir kein Punkt. Wow, es geht, Alter. Oh nein. Boah, ich bin schon genau drauf. An der Nase. Ja, komm, ich bin drüber, oder? Oh, scheiße. Drüber, oder? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Peter Entführung. Okay. The boy of the mastery of crying. Cenk führt. Jetzt kommt die letzte Runde. Los geht's. Ohne Hilfsmittel? Ohne Hilfsmittel. Schatz, du bist nicht. Schatz, hör auf. Nein, bitte lass mich einfach. Ich muss baby. Es ist so traurig. Mein ganzes Leben ist traurig. Mein ganzes Leben ist traurig. Dass ich mit dir hier leben muss, ist traurig. Du hast so rote Haare, das ist doch wie beschissen halt. Bei mir kommt ja gar nichts. Hey, du hast ja schon. Hey, ist schon drüber? Nö. Alter, krass. Vernichtet. Nice. Du hast Dualheulingen. Hä? Du tust dir aktiv weh. Schlägt dir in die Fresse, gibst dir Ohrfallen, reißt dir selbst Haare aus. Und es passiert nichts. Ja, war cool. Unentschieden Challenge. Unentschieden Ergebnis. Nice, 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 nice. Okay Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Daumen nach oben da. Es gibt demnächst ganz, ganz viele Challenges auf meinem Kanal. Bleibt dran. Freut euch und bis zum nächsten Mal. Abonnieren, wenn ihr nichts verbrauchen wollt. Tschüss. Tschüss.